Man hört es jetzt wieder gut um. Zwei Tonnen Dörrössichlinge. Kein Plan ist einfach irgendwo gefahren lassen. Und dahinten müssen wir auch schon machen scheinbar. Beziehungsweise Abwege. Wir haben uns heute noch nicht mehr auf 5.5 Klasse. Wir dürfen 5.5 fahren. Wir liegen immer wieder in der 2.5 Klasse. Ach komm. Sonst kommen wir diesen Berg hier an. 5.5 Klasse. 5.6 Klasse. Das war ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist ein Spaß. Ich sehe den Längdklammern. Ich habe es auch schon mal mit dem Längdklammern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020